Deniger Diener! Was steht zu Diensten? Ich! Sie haben alles, was ihr Herz begehrt, nur keinen Haus gelegt. Kurioses Subjekt. Hat man ihn vom Dienstboten Noir zu mir geschickt? Das Hausnummer ist richtig, zweiter Stock, Namen steht keiner da. Ganz recht, ich bin schon. Hat er seine Zeug... Himmel... Kruzi... Kruzi... Na, was haben Ihnen die Türken getan, dass sie es nicht loslassen? Das ist ja... Ah... Das ist ja... Der Johann, mein ehemaliger Hausknecht. Der Muffel, mein ehemaliger Prinzipal. Ist der obenauf? Hat der auch gewirtschaftet. Johann! Mitreffe der Schlag. Deichsels Bursch, kennst mich nicht mehr. Sie scheinen in einem Irrtum befangen. Ich bin nicht derjenige, den Sie zu meinen scheinen. Verstöte nicht, sonst höfetausend Traum. Mein Herr, ich bitte Sie, sich zu entfernen. Ich werde doch meinen ehemaligen Hausknecht kennen. Keine Dummheiten, Johann, sonst... Ja... Ich bin's. Aber um alles in der Welt, dass kein Mensch... Also wirklich... Reich geworden ist der Kerl. Das ist stark. Und ich betel tut die. Da heißt's auch, je größer... Aber das will... Bitte seins doch still. Wenn's meine Frau herr, die wär des Todes. Eine Frau hast? Hm? Und fürchst dich vor ihr? Hm? Das söhnt mich wieder ein bisschen aus, mein Schicksal. Hast halt auch dein Gefreit. Sie sind abermals in einem Irrtum befangen. Es ist noch eine junge, schöne Frau. Und du bist ihr Mann? Armer Teufel. Jetzt krieg ich schon ein Mitleiden mit dir. Eine Frau aus einem sehr lang guten Haus. Eine Professorsdochter. Hm? Sie kennt mein Vorleben nicht. Ich hab mich als Sohn eines Realitätenbesitzers ausgegeben, weil sonst besitzt er das gar nicht. Also Realitäten hast du vorspiegeln müssen, um etwas Unreelles zu kriegen. Es gibt schlechte Leid, besonders untert Weibsleid. Erlauben Sie, sie beleidigen meine Frau. Du bist der nämliche dumme Kerl, der du warst. Sie reden überhaupt in einem Ton. Das Unglück hat mich so verstimmt, dass ich immer die Wahrheit sag. Schmeichelei hast du von mir nicht zu befürchten. Sie sind also wirklich bis zum Hausknecht herabgesungen? Das hat von nun an nichts mehr Drückendes, weil ich jetzt dein Hausknecht werd. Sie mein Hausknecht? Du wirst doch deinen ehemaligen Prinzipal nicht vazierend lassen. Sie mein... Nein, nein, das geht nicht. Warum nicht? Alles geht. Aber ich könnte doch nie so gehörig grob sein mit Ihnen. Ich habe dir die Höflichkeit nicht verboten. Der alte Respekt ließe das doch nicht zu, dass ich mir von Ihnen die Stiefel putzen ließ. Ich bin nicht eifersüchtig auf diese Dienstleistung. Kannst das putzen lassen, von wem du willst. Dann kann ich auch keinen Menschen ins Haus nehmen, der sich bereits mehrmalen an mir vergriffen hat. Ja, richtig. Ich habe dich öfters durchgehalten. Aber ich bin nicht unversöhnlich und habe das längst vergessen. Ich aber nicht. Mit einem Wort, es geht durchaus nicht. Du elender Parfenö. Deinem Brotherrn von ehemals willst du brotlos hinausstoßen? Ah, was es für schlechte Leid gibt. Besonders untergewiesene Hausknecht. Und dank wahrer Glückspilz hast du vergessen, dass ich dir immer ein gnädiger Prinzipal gewesen bin. Dass ich dir immer durch die Finger geschaut habe, wenn du lange Finger hast gemacht. Keine Verleumdungen. Du hast nie etwas Anständiges gestohlen. Du warst nie kriminalfähig. Aber alle Augenblicke hast du vergessen, einen guten Zettel zurückzubringen. Dann hast du wieder ein paar Sechseln verloren. Dann haben sie nicht richtig gewechselt. Oder du hast das kleine Geld verstreut mit einem Wort. Du warst ein sanfter Typ. Aber mit der Zeit macht das auch was aus. Augenblicklich hinein. Raus. Gut. Ich gehe. Aber ich erzähle der Residenz eine Geschichte. Wie man Holzhandler wird. Holt. 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 Bleibs da. Warum? Die Öffentlichkeit soll erfahren, dass du mir drei Jahre, wenn auch nicht treu und redlich, aber doch gedient hast. Dass du dann beim Bankier Reichenbach schreibst. Sie werden mir doch das nicht antun. Wenn meine Frau, das wäre ja schrecklich, wenn sie, die aus einem so entsetzlich vornehmen Haus ist. Herr Muffe. Sie sollen bei mir als Haus nicht angestellt werden, wenn Sie es durchaus wünschen. Aber, gell, Sie schwören mir, dass Sie nicht eine Silbe, hä? Du bist ein Esel. Hören Sie. Traug du nur, immer meine Zufriedenheit zu erwerben und du hast nichts zu befürchten. Denn nur im Zorn. Und wenn ich dem Trübsinn verfall, da blausche ich alles aus. Das ist ein Teufelskerl. Und was ist denn mit dem Lohn? Wie viel kriege ich denn jetzt? Pschuch. Ein Hausknecht hat bei mir auch Gulden monatlich. Was? Na ja, und die Kost. Schmutzian. Bei mir hast du zehn Gulden gekriegt. Hast du das vergessen? Bin ich etwa weniger wert als du, du Lump? Also das verbiete ich mir. Sie entwickeln eine Grobheit. Erst entwickeln. Meine Grobheit datiert schon von lang her. Ich habe ein historisches Recht, mit dir grob zu sein. Sie müssen doch einsehen, dass die gegenwärtigen Verhältnisse... Der historische hat nie ein Einsehen. Übrigens, zehn Gulden Monatslohn und ein Guldens Tags Kostgeld, wir sind in der Ordnung. Wozu Kostgeld? Meine Leute haben alle im Haus. Das geht bei mir nicht. Ich müsste eine Auftragung sehen und will nicht wissen, wie du dich anfrisst, während ich bloß Suppen, Rindfleisch, Vorspeß, Zuspeß, Mölspeß, Nachspäß. Das erregert in mir Empfindungen, vor deren Folgen ich dich bewahren will. Einen Gulden kannst du mir gleich dran geben. Einen Gulden? Ja, ich habe da nur lauter Zehnerbanknoten. Na, so gib halt eine her. Kannst du mir sie aufnotieren, ne? Na ja, es ist ja wahr. So, aber halt, 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 halt. Ich könnte da noch allerhand... Ja, was soll ich sagen? Gib mir noch einen Zehner her. Sie nehmen sich da eigenmächtig? Ach, glaubst du, dass ich mir zu viel nehme? Misstrauischer. Da hast du ihn wieder, den zweiten Zehner. Heb mir ihn auf. Musst mir ja doch geben, was ich will. Sonst schaut es schlecht aus mit meiner Verschwiegenheit. Das darfst du nie vergessen. Der ist mein Tod, dieser Schuft. Lieber Herr Muffel, gehen Sie, sagen Sie doch nicht immer du zu mir. Das ist ja nur unter vier Augen, du Depp. Aber du hast ausgehen wollen. Was stehst denn so lang herum? Ja, 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 ich wollte Ihnen ja nur sagen, wenn Sie zufällig mit meiner Frau zusammenkommen, bitte reden Sie nur unendlich ortig und devot mit ihr. Denn Ihre Nerven gehören der feinen Welt an. Sie machen sich keinen Begriff, was denn die guten Häuser für Nerven haben. Ist schon recht, schau, dass du weiterkommst. Ja, das ist ein grässlicher Kerl. Ja, das ist ein grässlicher Kerl.